hallo namaste aus dem yoga studio wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer hatha yoga stunde für anfänger die wird circa 90 minuten dauern und die hannah wird zeigen was ich ansage und genau so dass ihr immer mal einen blick werfen könnt vielleicht diejenigen die meinen unterricht kennen brauchen vielleicht auch gar nicht mehr groß gucken genau und dann fangen wir an dann gehe ich mal aus dem bild und gebe der hannah den raum sich zunächst in shavasana zu begeben die rückenlage schön ausgebreitet die beine ruhig etwas auseinander die arme etwas abseits vom körper so dass dieser körper ganz entspannt sich am boden ausbreiten kann nimm noch mal zwei tiefe atemzüge und dann nimm einmal wahr wie deine fersen jetzt am boden liegen welcher teil der waden aufliegt welche flächen deines ober deiner oberschenkel gesäß und becken spür alle auflageflächen deiner beine mit dem boden und lasst diese beine ganz los und dann spür auch für die hände aufliegen die unterarme oberarme und welcher teil der schultern jetzt am boden liegt dass die arme ganz los dann war welche fläche deines rückens jetzt aufliegt und vielleicht kannst du dort einen kleinen rhythmus deines atem spüren gegen den boden so dass du gewahr wirst dass auch nach hinten die rücken sich ein wenig dehnen und wieder zur mitte ziehen dann bitte ich dich noch deinen kopf wahrzunehmen wie liegt der jetzt auf und vielleicht den kiefer zu lösen sodass die zähne platz haben die zunge etwas von den zähnen wegrutschen lippen und wangen ganz weich werden dass auch die höhe augen in ihren höhlen ruhen entspannen die lieder gesichtszüge sind ganz weich der ganze körper ist entspannt shavasana ist immer eine gute wahl wenn du das gefühl hast innerlich oder auch körperlich angespannt zu sein so beobachte jetzt nur dein atmen war wie die bauchdecke sich gleichmäßig hebt und wieder senkt und stell fest dass dieser atem von selbst kommt und geht noch einmal deinen ganzen körper war wie du dort jetzt liegst und dann beginne den atem wieder tiefer zu gestalten einatmen füllen sich bauch und brustkorb und ausatmen senkt sich das brustbein und der bauch geht etwas nach innen einatmen lass den bauch ganz rund werden füllt den brustkorb dehne dich aus und von oben nach unten wieder lang ausatmen den bauch aktiv ein und noch tiefer einatmen und immer länger ein vielleicht kommt ein genreflex hinzu und von oben nach unten wieder ausatmen den bauch einziehen und dann beginne in den fingern und zehen mit bewegung bewegt die zehen bewegt die finger mach kreise mit füßen und händen und während die füße jetzt etwas enger zueinander finden dürfen die arme mal lang über kopf so dass du dich mal richtig lang ziehst mit der einatmung und ausatmen einmal loslässt und noch einmal einatmen lange arme und lass ihn mal über dem kopf sinken ausatmen loslassen und noch einmal zieh dich richtig in die länge und lass noch mal los und dann greif dir ein knie ziehst ganz eng zu dir heran und mit dem anderen langen bein hol richtig schwung und komm so hoch in den sitz sehr schön dann bitte ich dich auf dein kissen genau du kannst im kreuzbeinigen sitz sitzen so wie hannah das jetzt macht die füße in einer linie vor der körpermitte so achte auf jeden fall drauf dass du ein kissen hast du denn wenn die hüften etwas höher kommen als die knie dann können die beine sinken und das becken kann sich aufrichten und so wie die hände jetzt auf den knien liegen bitte ich dich mal ausatmen das scharbein vorne hoch den bauch rein der rücken wird rund und einatmend streck dich durch bis in den nacken ausatmen von unten nach oben rund werden einatmen von unten nach oben durchstrecken schulterblätter zueinander auch hier bei deinem atemrhythmus den atem noch mal richtig vertiefen die wirbelsäule durchstrecken und wieder lösen und während du dies tust stellst du fest dass eigentlich wenn das becken so ein stück weit nach vorne kommt die wirbelsäule sich von selbst aufrichtet und dort bitte ich dich einzupendeln so dass du ganz entspannt aufrecht sitzen kannst vielleicht die schulter noch mal so klein bisschen zurück nimmst und dann mal überprüfst wo die hände jetzt ihren platz haben vielleicht mögen sie da liegen bleiben vielleicht magst du sie umdrehen oder auch in den schoß legen je nachdem genau die augen geschlossen um auch im sitzen zunächst wahrzunehmen welcher teil der füße und schienbeine liegt jetzt auf welcher teil der beine und wie sitzt du auf deinem kissen und dann beobachten wir auch hier noch mal unseren atem den wir jetzt nicht beeinflussen nehmen wahr wie der atem ganz ruhig wird wenn wir so ganz entspannt sitzen gerade in diesen zeiten ist es ein guter ratschlag wie eben entweder shavasana in der rückenlage oder wirklich einfach mal im sitzen die augen schließen und ein paar augenblicke nichts zu tun als den atem zu beobachten um so nach innen zu gehen und wahrzunehmen dass alles was wir brauchen in uns liegt und vielleicht wenn du das für dich zu hause tust kommt so etwas wie dankbarkeit auf mit diesem gefühl der dankbarkeit bitte ich dich die hände vor das herz zu bringen ins anjali mudra schau dass die hände ein wenig sinken sodass die ellbogen nach außen zeigen und dann lass das herz mit einer wieder tieferen einatmung diesen händen entgegen wachsen richte dich noch mal ganz auf ausatmen lang von oben nach unten und noch einmal tief ein die schultern etwas zurück und lang aus halte diese aufrichtung wir beginnen die praxis mit dreimal um 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 und dann lass die hände langsam sinken öffne die augen befreie die matte von deinem kissen die füße von den socken und dann bitte ich dich in einen vierfüßler stand die hände relativ weit am anfang deiner matte schulter breit auseinander arme und oberschenke senkrecht das passt sehr gut und dann bitte ich dich noch die füße aufzustellen so dass ja schau mal dass zwischen knien und füßen jeweils nur so ein knie oder fuß platz hat während die hände deutlich weiter auseinander sind genau wunderbar die neutrale position hast du wenn du nach unten zwischen die hände schaust so wie hannah das jetzt zeigt lass den kopf nicht zu sehr sinken das war schon gut so dass alle krümmungen zu sehen sind vom rücken wenn du jetzt die hände kräftig in den boden drückst dann löst die knie mal ein paar zentimeter und schieb dich richtig auf die füße rauf und lass die knie wieder sinken super wenn du von dir weißt dass elbungen und knie so zur überstreckung neigen das hat man bei hannah eben gesehen sie reagiert direkt schon dreht die elbungen die beugen so ein bisschen aufeinander zu und gibt eine mini beugung hinein super halte das wenn du jetzt mit deinem atemrhythmus beginnst ausatmen wieder das becken zum bauch zu ziehen im bauch nach innen der rücken wird rund und einatmen auch vom becken beginnen das becken kippt die schulterblätter ziehen zurück der blick geht nach vorn kannst die augen geschlossen halten und ganz in deinem atemrhythmus wirbel für wirbel in katze und kuh durchgehen einatmend in die streckung ausatmen in die rundung beim einatmen können die hände helfen indem sie so ein bisschen richtung knie ziehen die schulterblätter nach hinten beim ausatmen drücken füße und hände und der rücken wird ganz rund noch ein oder zwei mal in deinem atemrhythmus achte noch mal auf die elbe ist gar nicht so leicht diejenigen die da zu überstreckung neigen dürfen immer etwas mehr arbeiten und dann komm in eine neutrale position und schieb jetzt das becken in richtung fersen so dass du ganz klein wirst und nochmal lang lass die füße ruhig aufgestellt oder kannst sie auch ablegen ist egal kannst die füße aufgestellt lassen oder ablegen die hände bleiben wo sie sind so dass der rücken hier einmal in die länge gezogen wird lass den atem frei fließen und mit einer deiner nächsten einatmungen zieh dich wieder nach vorne hoch und wenn die arme senkrecht sind bitte ich dich ein bein nach dem anderen nach hinten aufzusetzen gestreckt jetzt die beine so dass du ins brett kommst eine ebene von den fersen bis zum hinterkopf super toll aus und von hier beugt die knie und schieb das becken weit nach hinten hoch zunächst bleiben die knie gebeugt und ausatmen streck ein bein durch die ferse in richtung boden das andere bleibt in einer kleinen beugung versuch mal einatmen sind beide knie leicht gebeugt lass ein knie dort wo es ist ja komm nicht mehr in die beugung mit dem gebeugten bein sondern nur ein bein bewegt ja jetzt wird's gut der unterschied ist einfach dass wir dann eine eine waden dehnung haben geh nochmal mit beiden knien in die beugung bitte halte die beugung und streck ein bein und beug wieder und dann das andere das gebeugte bein macht gar nichts super so kommst du einfach besser in die waden dehnung hinein und wenn jetzt nochmal alle knie leicht gebeugt sind dann schieb das becken nochmal richtig nach hinten oben und jetzt beide fersen in richtung boden beide beine einmal in die streckung sehr schön und von hier bitte ich dich mit kleinen Schritten nach vorne zu laufen die beine beugen dabei wieder ganz deutlich an bis das becken der bauch auf den oberschenkel liegt schau dass du zwischen die füße so einen fußbreit platz bringst die hände ruhig etwas weiter vor den füßen und einatmen wenn der blick nach vorne geht kommt das becken runter hände bleiben am boden halbe vorbeuge ausatmen verneig dich wenn die finger drücken schieb das becken hinten hoch einatmen wieder in die kniebeuge langer rücken ausatmen nochmal verneigen und auch das noch zweimal in deinem atemrhythmus wiederholen gut dann kannst du die arme wenn du das nächste mal in die einatmen nach vorne guckst die arme neben die ohren bringen und jetzt mit den händen voran nach oben kommen und die hände vors herz bringen sehr schön wir gehen in surya namaskar den sonnengruß ich gebe einige runden vor und dann kannst du in deinem rhythmus üben mit der einatmung bitte ich dich die arme über vorne nach oben lang zu machen ausatmen mit gebeugten knien runter hände in eine linie mit den füßen einatmen rechts den langen schritt zurück luft anhalten im brett beide beine hinten einmal körperspannung und dann ausatmen erst die knie dann die brust und die stirn zu boden zieh dich lang nach vorne in die cobra und dann schieb das becken wieder nach hinten hoch einatmen rechter fuß vor ausatmen links dazu einatmen becken tief armen neben den ohren voran nach oben und aus die hände wieder senken ich möchte für diejenigen die das zu hause noch nicht so gut können das nochmal in einzelnen schritten gerne machen das heißt wir stehen so wie hannah jetzt steht in tadasana die füße sind hüftgelenks weit und mit der einatmung kommen die arme hoch und gehen ausatmen erstmal vor das herz und über vorne mit der nächsten einatmen lang nach oben und schau wenn du den oberkörper so wie hannah das tut ein bisschen zurück nimmst dann lass das becken über den füßen genau und jetzt beug die knie an und dann beug dich vor und bring die hände in eine linie mit den füßen finger und zehenspitzen sieht man hier wunderbar in einer linie und jetzt kommt das linke bein lang nach hinten zurück so weit dass vorne unterschenke senkrecht ist und dann kommt das andere bein daneben und hier im brett wenn du die fersen so ein bisschen nach hinten schiebst und den bauch leicht ein ziehst hast du eine ebene lass das becken ruhig ein klein bisschen runter ja und hier halten wir die luft an bevor wir dann ausatmen erst die knie zum boden geben und den brustkorb richtig zwischen die hände direkt runter sodass jetzt stirn oder kinn aufliegende hintern zunächst in der luft ist der kommt runter wenn du die füße nach hinten weg schiebst und dann zieh dich an den händen vor hannah kommt da sehr weit hoch das muss gar nicht so weit sein dann stell die füße auf und schieb dich mit dem becken weit nach hinten hoch und sie macht das auch wunderbar erst die knie gebeugt und dann kommen die knie in die streckung wenn du jetzt so den halben weg mit dem linken fuß nach vorne kommst dann senk hinten das knie auf den boden und setz jetzt die hände neben diesen oder so neben den vorderen fuß dann kommt der andere fuß dazu sodass wenn du jetzt mit den händen nach vorne hoch kommst wieder über den stuhl in die aufrichtung kommst und während die arme sinken kannst du den schritt nach vorne wieder aufholen das möchte ich gerne nochmal zeigen gerade diesen rückweg einatmen über vorne ausatmen mit den knien gebeugt hände neben die füße rechter fuß lang zurück wenn wir von hier wieder den ach ne, entschuldigung, linker fuß daneben wir müssen ja durchgehen, wir müssen ja ganz nach hinten dann senk ruhig Knie, Brust und Stirn so der Hintern ist zunächst in der Luft der kommt runter, wenn die Hände, Füße lang werden und dann zieh dich mit den Händen nach vorne die Schultern erst Richtung Ohr und jetzt wird's gut dann die Füße aufstellen Becken weit zurück super und wenn jetzt der Schritt nur so halbweit kommt dann ist das völlig in Ordnung dann setz hinten das Knie ab und versetz die Hände neben dem Fuß sodass du nun wieder in einer Linie bist wenn der andere Fuß dazukommt und wieder mit gebeugten Knien Hände voran nach vorne hoch und den Schritt wieder nach vorne sehr schön dann gehen wir nochmal in den Fluss einatmen, ausatmen, Hände vors Herz einatmen über vorne nach oben aus mit gebeugten Knien runter Hände neben die Füße rechts den langen Schritt oder links dann den anderen Fuß daneben ins Brett Körperspannung und mit der Ausatmung Knie, Brust und Stirn zu Boden einatmen, Füße lang nach hinten Schultern lang nach vorne Füße wieder aufstellen, ausatmen, Becken weit nach hinten und dann nehmen wir auch den linken Fuß wieder vor Hände gegebenenfalls versetzen, rechter Fuß dazu und über den Stuhl wieder nach vorne hoch aus, die Hände neben die Hüften ein und aus, Hände vors Herz ein über vorne nach oben mit gebeugten Knien runter, Hände und Füße in eine Linie rechts den langen Schritt Luft anhalten, wenn beide Füße hinten stehen im Brett und mit der Ausatmung Knie, Brust und Stirn zu Boden schieb die Füße lang nach hinten zieh dich an den Händen vor stell die Füße wieder auf und schieb das Becken wieder weit hinten hoch rechter Fuß vor gegebenenfalls hier wieder versetzen dann links dazu, Becken tief, Arme voran nach oben ausatmen, Hände vors Herz einatmen, lange Arme aus mit gebeugten Knien runter links den langen Schritt Luft anhalten im Brett ausatmen, Knie, Brust, Stirn dann die langen Füße und zieh dich nach vorne und dann schieb dich weit nach hinten weg und einen Fuß vor mit der Einatmung gegebenenfalls Hände versetzt den anderen dazu und wieder über die Arme voran nach oben und die Hände vors Herz einatmen, lange Arme aus mit gebeugten Knien runter, Hände und Füße in eine Linie noch einmal den langen Schritt zurück rechter Fuß, egal links dazu, Luft anhalten im Brett ausatmen, Knie, Brust, Stirn dann zieh dich lang und schieb dich ausatmen schon wieder zurück in den Hund rechter Fuß vor Hände versetzt, linker Fuß dazu über den Stuhl nach vorne hoch und dann den Schritt wieder nach vorne ein langer Arme aus mit gebeugten Knien runter und noch einmal links den langen Schritt und noch einmal ein Brett Körperspannung aufbauen bevor du mit der Ausatmung langsam zu Boden schwebst und dich dann lang ziehst und zurückschiebst in den nächsten nach unten schauenden Hund links wieder vor und rechts dazu und mit gebeugten Knien hoch und die Hände wieder runter Gehe noch zwei Runden durch in deinem Atmrhythmus lass den Atem fließen und der Atem bestimmt deine Geschwindigkeit im Brett halte kurz inne bevor du dann mit der Ausatmung weiter fließt zieh dich in der Kobra richtig lang und schieb dich dann weit nach hinten hoch erst die Knie gebeugt und dann in die Streckung und wenn du den Schritt nach vorne nicht ganz schaffst dann versetzt wirklich die Hände sodass du wieder in einer Linie ankommst und gegebenenfalls diesen Schritt entsprechend nach vorne machst Surya Namaskar der Sonnengruß ist auch eine schöne Übung die sich separat üben lässt insbesondere morgens um den Körper geschmeidig zu gestalten dann wirst du feststellen dass der Körper am Anfang noch etwas steifer und braucht ein wenig Aufmerksamkeit und ein wenig länger um warm und weich zu werden wenn du das aber tust dank dir deinem Körper das geh ruhig nochmal durch dank dir deinem Körper das den ganzen Tag und je nachdem wie viel Spannung im Körper ist und um ihn wirklich geschmeidig zu gestalten sollte man schon so acht bis zehn Runden üben wobei eine Runde immer meint rechtes Bein zurück und nach vorn linkes Bein zurück und nach vorn also im Grunde zweimal durch dieses Vinyasa fließen ist eine Runde und wenn du dann das nächste Mal mit links wieder nach vorne kommst dann bitte ich dich mit den Händen vom Herzen kurz stehen zu bleiben die Füße wieder Hüftgelenks weit lass den Knien ein wenig Raum lass das Becken sich entspannen der Rücken sich entspannen sehr gut und dann beobachte auch hier nochmal deinen Atem ist jetzt vielleicht etwas schneller geworden etwas fordernder und du kannst den Atem beruhigen wenn du die Ausatmung ein wenig verlängerst vielleicht sogar etwas stoßweise ausatmest oder so mit kleinen kurzen Stößen Achte darauf dass das dann aber nicht zu einem Atem Not führt sondern mach es sanft genau sehr schön dann halte die Hände vorm Herzen und dreh dich mal bitte mit dem Gesicht zu uns und hier auch die Füße haben so ein bisschen Raum zwischen den Füßen dann bitte ich dich die Hände zu verschränken und mit den Handflächen erstmal noch mit gebeugten Ellbogen direkt über den Kopf zu bringen hier nehmen wir Ellbogen und Schultern nach hinten und wenn jetzt vorn die Füße drücken dann werden die Arme lang nach oben Vorderfüße drücken dann streck dich Blick bleibt nach vorn gerichtet und ausatmend neig dich zur Seite einatmend die Schultern, Arme nochmal nach hinten halte die Seiteneiger und dann schieb die Hände richtig weit raus super und nochmal die obere Schulter ein bisschen zurücknehmen dreh den Oberkörper leicht sehr gut und jetzt drück den linken Fuß fest in den Boden einatmend kommst du wieder hoch bringst ausatmend die Hände wieder vors Herz und dann bitte ich dich die Finger mal andersrum zu verschränken mit dem anderen Zeigefinger vorn und wieder erst mit gebeugten Ellbogen über den Kopf wir nehmen wieder Schultern und Ellbogen zurück drücken die Vorderfüße fest, dass die Arme lang werden und dann neig dich zur anderen Seite und mit der Einatmung die Arme ein bisschen nach hinten der Kopf geht mit ausatmen weiter an die Seiteneigerung und dann die rechte, die obere Schulter nochmal etwas nach hinten ziehen und den rechten Fuß fest in den Boden drücken den gegenüberliegenden Fuß, sodass die Seite richtig öffnet und mit deiner nächsten Einatmung komm wieder hoch und bring ausatmend die Hände vors Herz ausatmen in diese Flanken, in diese Seiten tief ein und aus sehr schön und vielleicht stellst du fest, dass das jetzt leichter geht und sich gut anfühlt, weil es so schön durchatmen kann gut, dann bitte ich dich wieder zu drehen mit dem Gesicht zum Fenster wir wollen den Krieger oder Helden Nummer 1 machen Virabhadrasana wenn du jetzt mit rechts einen Schritt zurück machst achte drauf, das macht sie sehr schön, dass der Fuß nicht hinter den linken geht sondern sie bleibt in ihrer Spurbreite wenn du jetzt links das Knie beugst das linke, das vordere Knie beugt, genau dann geh so weit, dass hinten der Fuß ganz stabil mit der Ferse runter drückt und vorne das Knie über dem Knöchel ist, so passt das richte das Becken nach vorne aus und dann bring die Arme über vorne nach oben neben die Ohren genau, der hintere Fuß drückt ganz stabil und ihr seht auch, sie hat ihn gar nicht weit aufgedreht die Zehen zeigen fast nach vorne so kann sie das Becken sehr gut nach vorne ausrichten und dann denkt ihr dieses Becken nach vorne hoch in eine Aufrichtung und schieb dich lang bis in die Finger und vielleicht gehen die Hände und Schultern noch ein bisschen mehr nach hinten in die Rückbeuge super, sehr schön halte die Ferse hinten, halte den Kontakt mit dem Fuß und denk dich nochmal vorne hoch bis in die Fingerspitzen hinein der Kopf darf ein bisschen mitgehen zwischen die Oberarme schön und noch ein, zwei tiefe Atemzüge hier und dann drück den vorderen Fuß, dass das Bein sich zu strecken beginnt und bring die Hände auf den Oberschenkel relativ weit oben neig den Oberkörper jetzt parallel zum Boden Brustbein geht etwas weiter runter das Kinn nähert sich so ein bisschen der Kehle an sodass du auf deinen vorderen Fuß schaust und dann drück dich quasi vom Oberschenkel nach vorne weg die Krone will dort nach rechts raus Richtung Fenster super du kannst hier verweilen oder mit den Händen noch etwas weiter runter rutschen vielleicht so bis knapp oberhalb der Kniescheibe der Oberkörper kann vielleicht noch ein bisschen weiter runter das Brustbein geht sozusagen voran und das Kinn nähert sich nochmal dem der Kehle ein wenig an, sehr schön und dann denk dich hier nochmal in die Länge nach vorne raus super sodass die Dehnung richtig genussvoll wird jetzt drück die Füße beide fest in den Boden und wenn du die Arme nach vorne bringst beug das vordere Bein wieder und komm nochmal hoch in den Helden 1 halte hinten in Kontakt gut, noch einmal aufrichten, genau und jetzt löst sich hinten die Ferse großer Schritt nach vorne, Hände vors Herz und das Ganze dann mit der anderen Seite, linker Fuß zurück Achte darauf, dass der Schritt nicht zu groß wird, sodass du wirklich guten Kontakt hinten halten kannst und der Abstand der Füße ist soweit, dass wenn du das Knie vorne beugst in den senkrechten Unterschenkel kommst, das sieht gut aus dann schiebt die linke Hüfte gut nach vorne und jetzt kommen die Arme über vorne wieder hoch der Kopf zwischen den Oberarmen und dann denk dich vom Becken an vorne in die Aufrichtung bis in die Fingerspitzen hinein und neig dich nur aus dem oberen Rücken ein wenig zurück Sollte dir das zu Hause unangenehm im Rücken sein, dann lass diese Rückneige aus geh einfach in die Länge nach oben und atme tief und gleichmäßig denk nochmal dran, der Atem beruhigt wenn wir die Ausatmung auch in anstrengenderen Asana ein wenig verlängern und wenn jetzt der vordere Fuß drückt, streckt dieses Bein und die Hände kommen nahe der Leiste auf den Oberschenkel Oberkörper neigt sich ungefähr parallel zum Boden das Kinn so ein bisschen zur Kehle und dann will die Krone nach vorne rausschieben super und je nach Beweglichkeit, du kannst dort bleiben du kannst mit den Händen weiter runter rutschen entweder knapp oberhalb der Kniescheibe oder für diejenigen, die das gut können vielleicht auch weiter unterhalb das Knie bitte nie auf das Knie was ich die Hanna jetzt noch bitten würde ist, dass du das Knie ein wenig beugst ja, genau wie bei den Ellbogen, was ich am Anfang schon gesagt habe dann bleibt sie auch mit den Händen lieber oben das passt für sie dann besser aber so eine Mini-Beugung schont das Knie, dass es nicht in die Überstreckung geht und dann darf das Knie wieder weiter beugen, wenn die Arme lang nach vorne hochkommen und noch einmal richtig schön aufrichten und dann löst sich hinten die Ferse ein großer Schritt nach vorne, Hände vors Herz schließt gerne noch einmal kurz die Augen spür nach, gib den Knien auch im Stand so ein bisschen Raum das ist nicht wirklich eine Beugung, ihr habt das gesehen aus der Anspannung geht, hat sie die Beine einfach nur etwas entspannt und man kann das sehr gut sehen, dass das Becken dann entsprechend sich anders einsortiert nächste Übung wird der Baum und wir haben hier diejenigen, die unser Studio kennen den Blick auf ein paar wunderschöne Bäume, die gerade zu grünen beginnen so kannst du dich mental mit einem Baum da draußen verbinden und es gibt drei Varianten die eine ist, der Fuß stellt sich auf den anderen drauf so dass die Ferse hier zur Kamera zeigt genau so und das Knie nach außen zweite Variante, du bringst diesen Fuß an den Unterschenkel innen oder mit Hilfe der Hand vielleicht hoch oberhalb des Knies an den Oberschenkel auch hier nicht gegen das Knie bitte wähle deine Variante und dann bring die Hände noch einmal ins Anjali Mudra Vos Herz und wenn der das gestreckte Bein gegen diesen Fuß drückt, dann wird es nochmal stabil und dann denk dich von der Erde hoch bis in deine Krone hinein und wenn du ganz ruhig stehst, dann kannst du die Arme über vorne wieder lang nach oben bringen und deine Äste wachsen lassen und vielleicht auch die Krone weiten und die Hände öffnen sich die Schultern öffnen sich, super und wenn du zu Hause übst, Gleichgewicht ist sehr unterschiedlich mal besser, mal schlechter wenn du ganz ruhig stehst, kannst du vielleicht mal schauen, ob du die Augen schließen magst das ist dann allerdings wirklich eine Herausforderung denn die Augen sind unser Haupt-Gleichgewichtsorgan man sieht das sofort, wird es ein bisschen wackelig genau, dann lass die Augen ruhig offen und bring die Hände noch einmal ganz ruhig wieder zurück und dann langsam den Fuß wieder runter und dann nimm dir deine Zeit, um die Seite zu wechseln den anderen Fuß jetzt entweder oben auf dem Standbein auf den Fuß sodass du ganz leger das Knie so zur Seite bringst oder an den Unterschenkel oder innen an den Oberschenkel bitte nie gegen das Knie, also entweder unter oder oberhalb dann die Hände wieder vors Herz und der Baum draußen schaut dir zu und freut sich und so können deine Äste nach vorne und hoch wachsen und sich zu einer Krone öffnen und genau so ruhig kommen die Hände dann wieder vors Herz und der Fuß erdet wieder sehr schön dann nochmal auf die Fußbreite, Spurbreite achten und die Hände wieder vors Herz ins Anjalimodra gib den Knien die Beugung, die du brauchst um in deine Verneigung hinunter zu kommen das Becken tief, sodass die Hände unter den Schultern Platz finden so einatmend das Becken kann noch etwas tiefer der Rücken wird gerade die Hände dürfen genau so sieht es gut aus und ausatmend drück die Finger und schieb das Becken so gut es geht nach hinten hoch einatmend komm wieder in die Vorbeuge halbe Vorbeuge, ausatmend verneig dich und die Beine müssen dabei gar nicht strecken schau, dass du Kontakt behältst mit den Fingern am Boden und entsprechend deine Verneigung hast noch einmal in die halbe Vorbeuge mit deiner Einatmung und dann bleib das nächste Mal in der Ausatmung in der Vorbeuge geh in die Vorbeuge und halte auch hier eine Mini-Beugung im Knie und jetzt können die Hände wenn du so weit runter kommst wie die Handa kannst du die Hand Rücken neben die Füße legen die Finger zeigen nach hinten Kopf entspannt hängen das macht das sehr gut die Knie haben eine Mini-Beugung sodass sie gar nicht in die Verlegenheit käme jetzt zu überstrecken aber vor allem ist das auch gut für den unteren Rücken und wenn deine Hände nicht am Boden ankommen kannst du auch die Hände in die Ellbeugen legen und sozusagen die Arme ganz leicht verschränkt halten vielleicht hängt der Kopf dann zwischen den Oberarm sodass der Oberkörper ganz entspannt sinkt versuch die Kraft oder Spannung aus den Schultern zu entlassen ja gut dann merkst du wie du mit jeder Ausatmung etwas länger nach unten sinkst die ganze Faszienkette von der Fußsohle über die Rückseite der Beine gesäß den ganzen Rücken über den Hinterkopf bis an die Stirn ist eine verbundene Kette und das braucht Zeit dass diese Beweglichkeit erreicht wird die wir hier jetzt sehen und dann setzt die Hände wieder neben den Füßen auf bring ein Bein nach dem anderen zurück komm noch einmal in ein Brett von hier die Knie wieder leicht beugen Becken weit nach hinten oben Knie leicht gebeugt genau nochmal in den Hund und dann lasst den Oberkörper vom Boden nochmal so ein bisschen hoch kommen die Arme und schiebt die Fersen Richtung Boden so sieht es gut aus sehr schön also lasst euch da in diesem Hund gar nicht durchhängen sondern haltet Kraft in den Händen und schiebt das Becken richtig nach hinten weg super mit der Einatmung schwebst du langsam wieder nach vorne ins Brett um ausatmen noch einmal Ashtangasana die Knie zu Boden die Brust zwischen die Hände Hintern ist zunächst in der Luft Schultern über den Fingern und wenn du jetzt die Füße nach hinten weg schiebst dann kommt der Oberkörper runter dann bitte ich dich die Stirn abzulegen und die Arme lang nach vorne auf die Handkanten bitte so wir beginnen mit einem Arm wenn der andere der linke Handkante drückt in den Boden einatmen hebt den rechten der Kopf geht mit hoch ausatmen langsam wieder runter Stirn und Arm ablegen rechte Handkante drückt einatmen links hoch Kopf geht so schön mit der Blick bleibt auf die Matte gerichtet so wie Hannah uns das hier zeigt und im Seitenwechsel im eigenen Atemrhythmus und was man auch gut sieht ist die Hand geht voran und kommt viel höher als die Schulter das ist das Ziel Achte auch ein bisschen drauf dass der Oberkörper nicht aufdreht das macht sie sehr gut und jede Seite noch einmal und dann wenn das nächste Mal die linke Hand hochkommt geht das rechte Bein ein wenig mit sehr schön kann man hier sehen genau ausatmen langsam wieder runter und Seitenwechsel das Bein gar nicht so hoch wie es könnte vorrangig will die Hand ganz weit hoch das Bein kommt ein wenig mit und geht als erstes schon wieder runter und dann kommt stehen Arm und Hand Bewegung beginnt bei der Hand und endet bei ihr sehr gut auch das noch jede Seite noch zweimal und dann kannst du die Arme mal so anwinkeln dass du die Stirn ablegen kannst die Fersen dürfen nach außen fallen und du kannst deinen Atem beobachten wie er gegen den Boden in den Bauch einatmet und spür auch die Bewegung auf deiner Rückseite die deinen Atem jetzt verursacht und dann wollen wir die Schlange üben dafür bitte ich dich die Füße wieder lang nach hinten weg zu schieben genau jetzt die Hände hinter dem Rücken zu verschränken und denk dir erstmal die Schultern Richtung Ohren bevor du sie nach hinten ziehst und dann die Arme lang in Richtung Füße lösen sich so ein bisschen vom Gesäß genau sehr schön atme hier gleichmäßig gerade auch dann wenn es anstrengend wird versucht die Ausatmung lang zu gestalten genau nimm wahr wie die ganze Rückseite anspannt bis ins Gesäß aber versuch die Beine so ein bisschen nach außen zu drücken die kleinen Zehen Gesäß eher weicher zu machen und mehr aus den Schultern nochmal richtig nach hinten hoch zu ziehen und dann langsam wieder zu Boden zu sinken super und nochmal kurz die Stirn gepolstert die Fersen nach außen wir kommen gleich in eine Entspannungshaltung deshalb bitte ich dich jetzt noch einmal in eine Rückbeuge wenn du die Arme jetzt eng unter den Körper zusammenschiebst schau wie es für deine Ellbogen passt ob die Hand Flächen aufliegen oder du machst Fäuste oder drehst sogar vielleicht die Hand Rücken auf den Boden bring die unterarme nahe zueinander jawohl so dann stell das Kinn auf und dann lass einatmend ein Bein hoch kommen wenn du die Hände drückst und ausatmend lass es langsam wieder sinken in deinem Atemrhythmus die Hände drücken einatmend kommt ein Bein hoch aus langsam runter und dann das andere und achte mal hier drauf dass das Bein was am Boden liegt nicht in den Boden drückt dass also der Fuß dort rechter entspannt bleibt und dann hat man sie gesehen kommt das Bein nicht ganz so hoch aber sie macht es dann mehr aus der Rückseite heraus und da soll das hin die Hände können helfen die Unterarme die drücken in den Boden und dann in deinem Atemrhythmus jede Seite noch einmal und wenn sich die Ellbogen gut angefühlt haben dann bring die Füße jetzt zusammen drück beide Arme halte beide Beine in der Luft und denk nochmal an die ruhige Atmung gerade auch dann wenn es anstrengend wird und ihr zu Hause immer nochmal dran denken das gilt natürlich auch für die Hanna wenn du merkst es ist gut es reicht halte eine Asana nur so lange wie du auch ruhig und kontrolliert wieder diese Asana auflösen kannst und also wenn es an deiner Zeit ist die Beine dann langsam wieder runter bringst dann die Arme unter dir hervor holst sie neben den Rippen dich abdrückst mit dem Becken weit nach hinten zu den Fersen sodass du in eine Stellung des Kindes kommst die Fußrücken liegen auf die Knie kannst du ein bisschen geöffnet halten oder auch zusammen so wie es für dich passt und wenn deine Stirn am Boden liegt dann können die Arme nach hinten sodass die Ellbogen ein bisschen nach außen öffnen wie man das jetzt hier sieht dass die Unterarme ablegen und die Schultern entspannen und dann kannst du hier in der Stellung des Kindes zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen und den Rücken mal so richtig füllen mit einer tiefen Einatmung und ausatmen, loslassen wem das in den Füßen weh tut Hanna bleibt jetzt einfach in ihrer Stellung des Kindes wem das in den Füßen weh tut der kann eine gerollte Decke unter die Sprunggelenke legen wem das in den Knien weh tut der kann diese Decke zwischen Wade und Oberschenkel legen und wenn du so gar nicht da runter kommst mit dem Becken dann kannst du vielleicht auch ein dickes Kissen nehmen um da so ein bisschen abgeben zu können und wem es schwer fällt die Stirn an den Boden zu bringen der legt die Hände unter die Stirn so dass auf jeden Fall jetzt alles abgeben kann und auch die Stellung des Kindes ist wunderbar geeignet um nochmal ganz nach innen zu finden der Atem beruhigt sich mit der Zeit und so der Atem so beruhigt sich auch unser ganzes inneres System und dann bitte ich dich den Beckenboden anzuspannen im Bauch etwas einzuziehen und so Wirbel für Wirbel aufzurollen zuletzt kommen die Schultern und dann der Kopf und dann können die Hände in den Schoß genau im Bauch wie dein Körper sich anfühlt wie dein Atem geht auch hier gilt wenn das für die Knie nicht machbar ist oder für die Füße hier kann man wunderbar ein Kissen zwischen die Füße legen und sich darauf setzen genau und setz die Hände neben den Hüften ab bring die Beine nach vorn und schau mal dass du vielleicht deinen Kissen griffbereit hast genau und wenn du jetzt dein nimm mal das linke Bein bleibt lang nach vorne und ich bitte dich erstmal die greif mal so von innen in das rechte Knie hinein und zieh das Knie nach außen raus dreh den Fußrücken auf den Boden neben den langen Oberschenkel genau und wenn das Knie jetzt sehr in der Luft ist dann kann das Kissen dort unter das Bein so dass du das Bein loslassen kannst und jetzt bitte ich dich nochmal so die Pobacken etwas hinten rauszuziehen um das Becken so gut es geht nach vorn zu bringen und die Hände sind da wo sie sind schon ganz gut bring sie so ein bisschen nach vorne auf die Matte und jetzt denk dich erstmal nach oben in die Krone hinein und wir gehen ganz langsam in diese halbe Vorbeuge wandern nicht zu schnell mit den Händen vor lass eine kleine Beugung in den Ellbogen und mach es mal wirklich ganz langsam so dass diejenigen denen diese Übung schwerfällt das jetzt mal sehen können ja es muss gar nicht weit vor es kann so bleiben und alles ist gut und wenn dein Körper mit der Zeit das mitmacht kannst du langsam weiter vor achte aber wirklich drauf so wie Hanna das jetzt macht man sieht die Ellbogen sind entspannt dass du nicht mit den Händen zu schnell vorrennst und letztlich kann der Rücken und darf und soll der Rücken hier auch etwas rund werden denn es ist eine Vorbeuge genau super wobei es da gar nichts zu erreichen gilt wenn die Ellbogen so entspannt sind dann finden vielleicht die Unterarme auf dem Boden vielleicht mag der Kopf dann auch entspannen und der Atem frei fließen ja was man sehr schön sieht sie wandert nur so ganz gemütlich vor sie zieht sich nicht nach vorne es gilt hier nichts zu erreichen auch der Fuß vom langen Bein ist da relativ entspannt man sieht dass der so leicht nach außen dreht die Zehen entspannt sind so wenig Kraft wie irgend möglich im Grunde braucht man hier keine Kraft das einzige was wir spüren ist die Spannung unserer Faszien und Muskeln wenn wir diese Beweglichkeit noch nicht so haben und jeder kann da selbst entscheiden wie immer in jeder Yoga Asana wie weit ist heute und jetzt gut für mich und wenn wir dann langsam rauskommen dann drück jetzt die Ferse in den Boden von dem langen Bein drück die Hände ein wenig und helf mit den Händen beim Zurückkommen bis du hinten bis die Hände einmal hinter dir abstützt sodass du jetzt das rechte Bein lang machen kannst dann greif mit der Hand innen in das linke Knie zieh dieses Knie nach außen drehe den Fußrücken weit rum und leg gegebenenfalls das Kissen so unter das Knie dass du es wirklich loslassen kannst schieb es nicht noch höher genau sehr gut dann gerne nochmal die Pobacken so ein bisschen hinten rausziehen sodass wir auf die Sitzbeinhöcker kommen und jetzt die Hände entspannt ruhig mit etwas Abstand zueinander und dann erstmal in die Länge denken jawohl und dann langsam ausatmen nach vorne sinken den Händen wieder ganz langsam wandern nicht zu schnell das können wir einmal zeigen bitte Hanna wandern mal mit den Händen richtig weit vor und ihr seht was passiert die Schultern kommen ganz nah zu den Ohren und der Nacken wird ganz eng und das wollen wir nicht deshalb bringen die Hände zurück sodass die Ellbogen entspannen und jetzt sieht man wieder ihren schönen Nacken und der Rücken fühlt sich so viel wohler und wenn du zu Hause jetzt in dieser Stellung bist dann kann sein, dass das völlig ausreicht und alles ist gut oder dein Körper lässt mehr zu dann lass dir Zeit peu à peu hier weiter nach vorne in die Rundung hinein zu sinken und weil auch hier wieder die ganze Rückseite in der Dehnung ist von der Fußsohle rechts über die Ferse Warde, Oberschenkel, Gesäß die ganze Rücken hoch Nacken, Hinterkopf die Kopfhaut bis zur Stirn wird es an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas ziehen wenn es dieses Ziehen unangenehm wird dann geh auf jeden Fall ein bisschen zurück mach die Stellung etwas kleiner es kann sein, dass das erst nach einer Weile passiert dass du am Anfang denkst das geht, ich komme noch weiter und weiter und dann nach einer Weile merkst jetzt wird es doch etwas viel dann geh ruhig nach dieser Weile ein wenig zurück und hinaus kommen wir, wenn wir die Ferse drücken dass das Knie ein bisschen hoch kommt genau und die Hände helfen sodass wir langsam zurück wandern bis die Hände wieder hinter uns sind das Kissen wieder zur Seite die Beine beide lang und dann beug die Knie mal deutlich an und wenn die Hände jetzt noch ein klein bisschen vorwandern so wirklich neben den Hüften sind dann zieh dich mit den Händen als wolltest du nach vorne mit dem Becken und mit dem Herzen sehr gut, super halte das und schieb die Fersen ein klein bisschen nach vorne dann sind die Hände wieder dran ziehen etwas, das Brustbein wächst und dann wollen die Fersen noch ein bisschen weiter und auch hier gilt wenn dein Körper an die Grenze kommt dass du merkst, das Becken will nicht mehr nach vorne sondern mach das mal ruhig, lass das mal nach hinten also in die Aufrichtung und der Rücken wird hier so rund dann komm mit den Fersen ein klein bisschen zurück und versuch wieder in den langen Rücken zu kommen sehr gut, genau und nur wenn du wirklich beziehungsweise nein, anders wir bleiben dort mit den Knien wo sie sind wenn du den Rücken gerade halten kannst das kann sein, dass sie noch gebeugt sind es kann auch sein, ich glaube die Hanna kriegt das hin dass die Beine dann ganz lang sind dann, wenn dir das leicht fällt zieh die Füße ein bisschen zu den Knien und wenn du jetzt dich nochmal nach vorne ziehst dann bring mit der Einatmung die Arme über vorne nach oben und greife weit nach vorne aus und der Rücken wird wieder rund und dann lass die Hände entspannt neben den Beinen ankommen ruhig wieder auf der Matte und so wie eben in der halben Vorbeuge denk dich mit der Einatmung ruhig nochmal lang und ausatmend weiter in die Verneigung sehr schön, genau gegebenenfalls kommen die Unterarme am Boden an oder die Hände wandern ein bisschen vor vielleicht neigt sich der Kopf dann ganz entspannt zu Boden und man sieht ja sehr schön wie sie mit ihrem Atem immer wieder so ein bisschen mit der Krone Richtung Zehen schiebt und ausatmend lass dich entspannt sinken auch hier geh nur so weit wie es sich noch gut anfühlt fordern ja überfordern auf gar keinen Fall wenn du also mit der Zeit merkst es zieht ganz unangenehm in den Kniekehlen dann drück die Fersen so ein bisschen in den Boden dass die Knie ein bisschen hoch kommen oder lass die Füße zunächst mal ganz entspannen so wie die Hannah jetzt auch und gegebenenfalls wenn beides nicht hilft geh ein klein bisschen zurück mit den Händen mit dem Rücken mach deine Asana daraus das Yoga passt sich deinem Körper an und nicht umgekehrt und hier sind wir jetzt nochmal in der vollen Dehnung der gesamten Rückseite beide Beine sind lang der Oberkörper nach vorne gebeugt und es braucht Zeit Zeit für die Gewebe die natürliche Schutzspannung loszulassen gebe dem Körper Zeit zu erkennen dass es nicht gezogen wird sondern er loslassen kann und darf Beobachte deinen Atem und nimm wahr wie die Aussage dich immer weiter sinken lässt jetzt Und hinaus kommen wir gleich wieder ganz behutsam. Wir drücken die Fersen in den Boden, die Knie kommen ein wenig hoch. Und die Hände helfen wieder, wenn wir zurückwandern, bis die Hände ein Stück hinter uns sind. Ruhigen noch weiter zurück. So, wenn deine Ellbogen zur Überstreckung neigen, dann halte die Hände so mit den Fingern nach vorne. Und wenn jetzt die Fußballen nach vorne schieben, dann kommt das Becken in die Luft. Drück dich in eine schiefe Ebene. Die Fußballen, die Großzehballen wollen nach innen runter, das Becken hoch, der Blick geht zur Decke. Und vielleicht, wenn dein Nacken es gut zulässt, kannst du den Kopf auch sinken lassen. Sehr gut. Drück dich nochmal hoch, die Großzehballen nach innen runter. Versuch die Füße nicht aufzuklappen. Und das Steißbein will zu den Fersen. Und die Schulterblätter zueinander. Und langsam lass dich wieder runter. Gut. Dann die Hände wieder ein bisschen weiter vor. Noch einmal die Po-Wacken hinten raus, sodass wir wieder auf den Sitzbeinhöckern sitzen. Und jetzt bitte ich dich, das rechte Bein außen neben das linke zu stellen. Und hier achte mal drauf, wenn du den Fuß ziehst, mal ganz nah zu dir ran. Und dann können wir wieder sehen, dass der untere Rücken eher rund wird. So wandere also mit diesem Fuß mindestens bis neben das Knie, vielleicht sogar bis unterhalb des Knies. Beide Hände halten sich an diesem aufgestellten Bein. Und du richtest dich daran auf. Jetzt bleibt die linke an dem rechten Knie. Und die rechte holt aus und zieht nach hinten. Die rechte Hand dicht hinter dir am Boden, so ein bisschen abhängig von deinen Proportionen. Genau, wunderbar. Wenn jetzt die rechte Hand dich stützt, kann sie dich nach vorne schieben. Dadurch wird die linke frei. Und kann sich vor oder außen an das Knie legen. Die Hand entweder an die Hüfte oder auch aufs Herz. So, wie es für dich passend ist. Und wenn du wirklich gerade sitzt, ist hinten auf der Hand gar nicht mehr viel Druck. Denk dir die hintere Schulter ein bisschen zurück. Die Krone nach oben. Und der Kopf dreht gar nicht so weit, sondern nur ein wenig mit, sodass wir im Nacken lang werden können. Gerne die Augen hier nochmal schließen, den Atem wahrnehmen. Und beobachten, wo jetzt in dieser Drehung der Atem hingeht. Brustkorb hat gedreht, sodass die Rippen in ihrer Bewegung ein wenig eingeschränkt sind. Aber der Bauch ist frei. Und wird vielleicht durch den Oberschenkel ein wenig massiert. Mach auch hier die Ausatmung wieder ein wenig länger. Und vielleicht merkst du auch mit der Zeit, dass du noch ein bisschen weiter in die Drehung kannst. Ja. Der Atem wird ganz fein. Und innerlich strebe in die Länge nach oben. Mit einer deiner nächsten Einatmung hebe den Arm hinten und dreh dich ausatmend dann nach vorne wieder zurück. Das rechte Bein lang. Den linken Fuß etwas unterhalb des Knies außen aufgestellt. Beide Hände halten sich erst nochmal und du richtest dich daran auf. Jetzt hält die rechte an diesem linken Knie. Und links holst du weit aus und setzt die Hand dicht hinter dir auf. Entweder flach oder auf der Faust, je nachdem. So, dann kann, wenn hinten der Arm dich nach vorne schiebt, der rechte Arm sich wieder außen an das aufgestellte Bein legen. Vielleicht greifst du auch mit dem Ellbogen vor das Knie oder die Hand bleibt am Knie, je nachdem. Die Hand geht an die Hüfte oder aufs Herz. Und dann strebe in die Länge. Und lass den Atem wieder feiner werden. So wenig Kraft wie gerade eben nötig. Die hintere Schulter will noch ein bisschen zurück. Die Krone nach oben. Ardha Matsyendra Sanna, der halbe Drehsitz, gibt uns ein Gefühl der Erhabenheit. Denk dich in die Länge hinein. Mit einer feinen Einatmung wächst etwas in dir. Und ausatmen. Dann geht es vielleicht noch ein bisschen weiter. In die Drehung ist es vielleicht gar nicht mehr sichtbar, aber innerlich wahrzunehmen. Und mit einer deiner nächsten Einatmungen bring den Atem wieder. Augenarm wieder hoch. Dreh dich ausatmen, zurück. Strecke beide Beine wieder aus. Rutschst du so weit nach vorne mit den Füßen, dass du in die Rückenlage kommen kannst. Die Beine bitte ich dich aufzustellen. Und zwar ruhig noch etwas näher zum Gesäß, sodass du vielleicht ungefähr mit dem Mittelfinger in die Nähe der Fersen kommst. Auch das ist natürlich proportionsabhängig. Und wenn jetzt die Füße fest in den Boden drücken, dann bring das Becken in die Luft und verschränk die Arme, die Finger unter deinem Becken. Genau, und sie macht das hier wunderbar. Sie zieht die Schulterblätter zueinander. Die Hände schieben in Richtung Ferse. Vielleicht sogar in dem Jipvana Mudra mit dem Finger voran. So, dann denkt dir die große Beine drücken, dass die Knie auf jeden Fall über den Knöcheln bleiben und nicht nach außen wandern. Denkt dir das Becken in Richtung Knie und das Brustbein in Richtung Kinn. Sehr schön. Und hier darf der Atem nochmal tief werden. Füll dein Herz. Öffne dich nochmal ganz. Und wann immer es für dich Zeit ist, komm ganz bewusst Schritt für Schritt aus der Asana wieder hinaus, indem du erst die Hände löst und flach auf deine Matte gibst und dich dann lang ziehst, Wirbel für Wirbel in Richtung Fersen ablegst. Wahrnimmst, wie der Rücken jetzt am Boden liegt. Und dann das rechte Bein ganz eng über das linke schlägst, sodass die Unterschenkel baumelt. Und wenn du jetzt beide Beine zu dir ranziehst, greift das untere Schienbein oder auch den Oberschenkel, je nachdem, wie es für dich passt. Die Finger sind verschränkt, sodass du wenig Kraft brauchst. Und es gibt hier weiter nichts zu tun, als loszulassen und wahrzunehmen. Die Schultern wollen nach hinten sinken. Der untere Rücken, Becken und Gesäßmuskulatur werden noch ein wenig ganz sanft gedehnt. Und nach dieser starken Rückbeuge eben in der Schulterbrücke können Sie jetzt wieder entspannen. Und das ist ein wenig ganz sanft gedehnt. 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 Und dann löse langsam die Finger, stell dieses linke Bein auf, streck das rechte Eimer in die Luft und verschränk die Hände hinter dem Oberschenkel. Und wenn du da nahe Richtung Pofalte rutschst mit den Händen, dann kannst du das Bein leichter strecken, weil der Oberschenkel ein wenig vom Bauch wegkommt. Je nachdem, wie leicht es dir fällt, dieses Bein zu strecken, sind die Hände also eher nahe der Pofalte oder vielleicht auch weiter oben am Oberschenkel, sodass du das Bein näher zu dir ranziehst. Du kannst es selber sehen, ob das Knie gestreckt ist, das sieht hier ganz gut aus. Und mit deiner nächsten Ausatmung fahr mit den Händen hinten am Bein empor, bring das Kinn zur Brust, hebe den Oberkörper an und versuch, dieses Bein in der Streckung zu halten und den Oberkörper dem Bein nah entgegenzubringen, indem du dieses Bein in die Hände bringst. Das ist super, sehr schön. Um dann langsam wieder runter zu rutschen, die Hände greifen um, wenn das Knie sich beugt und wenn der Oberkörper sich ablegt, nimm das Knie ganz eng zum Körper heran. Greif mal wirklich aufs Schienbein oder Knie und dann schieb das andere Bein lang am Boden weg von dir und bring jetzt hier noch einmal Knie und Kopf ganz eng zueinander. Einmal tief einatmen hier, ausatmen, den Oberkörper wieder ablegen, das rechte Bein aufstellen, das linke Knie darüber schlagen und du greifst dir dieses rechte Schienbein oder den Oberschenkel, je nachdem. Und dann lass auch hier so wenig Kraft wie möglich walten. Wenn die Finger so verschränkt sind, brauchen die Arme nicht viel Kraft, sie halten einfach, die Schultern sinken nach hinten, Beine sind entspannt, Füße, eine leichte Dehnung im unteren Rücken und Gesäß. Und dann lass auch hier langsam los. Stell den rechten Fuß auf, streck das linke in die Luft, Hände verschränkt hinter dem Oberschenkel. Wenn dir das leicht fällt, das Bein zu strecken, kannst du auch jetzt schon das rechte Bein am Boden lang nach vorne wegschieben. Schau aber, dass die Streckung im linken Knie bleibt, genau, gib dir ein bisschen nach. Und jetzt bring den Oberkörper hoch von oben an, roll dich auf, die Hände von hinten am Bein entlang, vielleicht bis an die Wade, halte die Streckung. Versuch, den rechten Fuß am Boden zu halten und von dir wegzuschieben. Ja, sehr gut. Um dann langsam wieder den Oberkörper abzulegen, umzugreifen und das Knie ganz nah zu dir heranzuziehen. Jetzt noch einmal Kopf und Knie eng zusammenzuführen. Hier tief ein und mit der Ausatmung langsam wieder ablegen. Und dann stell diesen Fuß gleich wieder auf, verlage das Becken jetzt ein wenig nach links. Und jetzt stell den Fuß außen neben das rechte Bein. Moment, erst nur aufstellen, noch nicht drehen. Erstmal kommt der Arm, der linke nach oben weg. Genau, nicht zu nah am Ohr, sodass der Ellbogen entspannt ist. Und jetzt roll dich auf die Hüfte und die rechte Hand kann das Knie vielleicht holen und sich so leicht nach unten drehen. Super. Wenn sich dein Nacken gut anfühlt, dann heb den Kopf leicht und dreh rüber zum langen Arm. Hinterkopf geht so ein bisschen nach hinten weg, sodass der Nacken auch in seiner Länge bleibt. Dieses Verlagern von Becken und Kopf dient dazu, dass wir auch in der Drehung in einer Linie liegen. Und dann gibt es auch hier wieder nichts zu tun, außer dieses Knie vielleicht sanft zu halten. Das heißt, die Füße dürfen entspannen. Die Waden, die Oberschenkel bis in die Hüften hinein. Die Schultern sinken nach hinten. Vielleicht liegt der rechte Ellbogen auf, sodass wenig Kraft in diesem Arm steckt, die das Knie hält. Gesichtsmuskeln werden weich. Der Atem fließt frei von selbst ein und aus. Liebens im Dann heb den Kopf zunächst leicht an, wenn du ihn wieder zurückdrehst, bring den oberen Arm zurück und helf mit der unteren Hand, das Knie zurückzuschieben. Stell die Füße auf, verlagere das Becken zur anderen Seite, dann das linke Bein lang rechts den Fuß aus, nehme das Knie den rechten Arm nach oben weg, nicht zu nah am Ohr, eher so diagonal, genau, und dann roll dich auf die linke Hüfte, die Hand holt sich das Knie und wenn dein Nacken sich gut anfühlt, dreh Richtung oberen Arm, den Hinterkopf ein wenig zurück und hier wieder loslassen, so wenig Spannung wie gerade nötig, die Beine dürfen entspannen, die Schultern sinken nach hinten. Gesichtsmuskeln ganz weich, der Atem strömt gleichmäßig ein und aus. Das war's. Das war's. Und dann bring erst den Kopf wieder in die Mitte, den oberen Arm herunter, die Unterhand hilft, das Knie zurückzuschieben, verlagere das Becken in die Mitte bzw. hol dir alles, was du brauchst für Shavasana. Ja. Ich glaube, Asana kommt immer so daher als leichte Übung. Die Schwierigkeit ist, wach zu bleiben. Gib den Füßen Raum, lass sie locker nach außen fallen. Die Arme gerne etwas abseits vom Körper, auf die Hand rücken. Richte dich so ein, dass du wirklich loslassen kannst, dass du nicht auf irgendeiner Falte oder Naht oder so liegst. Genau, dass die Nieren jetzt gut warm sind und dann lass los. Und vielleicht magst du noch ein-, zweimal ganz tief durchatmen, vielleicht auch so ein Seufzen von dir lassen. Je nachdem, was dein Körper jetzt braucht. Und dann lass den Atem kommen und gehen, wie er es mag. Spür die Fersen am Boden, die Waden, die Oberschenkel und lass die Beine los. Wie liegt das Becken auf? Die Po backen. Es ist auch das Becken los. Nimm die Hände am Boden wahr, Unterarme und Oberarme. Spür die Schultern und die ganze Fläche deines Rückens, die jetzt Kontakt zum Boden hat. Lass auch den Oberkörper los. Dann nimm den Hinterkopf am Boden wahr. Und schau, ob du den Unterkiefer wieder etwas vom Oberkiefer lösen kannst. Ein wenig Raum zwischen den Zähnen entsteht. Die Zunge von diesen Zähnen wegrutscht in den unteren Gaumen. Lippen und Wangen dürfen ganz weich werden. Und ebenso die Augen, Augenlider und das Stirn wird ganz glatt. Du darfst alles abgeben an den Boden, an Mutter Erde, die dich trägt. Sie gibt dir Rückhalt. Sie gibt dir alles, was du brauchst. Bleibe ganz achtsam in deinem Körper. Schau, wo kannst du noch etwas mehr loslassen. Und wenn es jetzt irgendwo Spannung gibt oder gar zwickt, dann stell dir vor, wie du deinen Atem dorthin schickst. Wie ein Balsam. Wenn Gedanken kommen, lass sie ziehen. und komm wieder zu deinem Atem, zu deinem entspannten Körper zurück. Om Namo Bhagavati Vatudevaya. 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 Vatudevaya 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 V Und nimm noch einmal wahr, wie entspannt dein Körper jetzt liegt, wie ruhig der Atem geht. Und beginn dann langsam, diesen Atem wieder zu vertiefen. Einatmend fühlen sich Bauch und Brustkorb. Ausatmend lass das Brustbein sinken, nimm den Bauch aktiv etwas nach innen, um umso tiefer wieder einzuatmen. Fühl dich, dehn dich in alle Richtungen und lang aus von oben nach unten. Mach auf diese Weise deinen Atem wieder ganz tief und umfangreich. Nutze alle Anteile. Vielleicht kommt ein Genreflex, wenn du wirklich immer weiter einatmest. Und während der Atem so tief wird, kommt langsam Bewegung in die Zehen, in die Finger. Mach Kreise mit Händen und Füßen, regel dich, reg und streck dich. Schau, welche Bewegung dein Körper jetzt braucht. Und vielleicht magst du noch mal kurz auf die rechte Seite drehen, Beine angewinkelt, Kopf unterlagert. Um so hier aus Shavasana, der Totenhaltung, in eine Art Embryonalhaltung wieder ganz im Leben auf dieser Matte anzukommen. Dich dann mit Hilfe der linken Hand da hoch zu drücken, über diese Seite und noch einmal dein Kissen zu nehmen, dich noch einmal in den Sitz zu begeben. So dass das Becken sich wieder aufrichtet, die Hände entweder auf den Oberschenkeln oder im Schoß. Und auch im Sitzen. Lass den Atem noch mal tief werden. Zwei, drei oder auch vier Atemzüge. Nimm wahr, welche Energie jetzt in dir ist. Und wie sich dein Körper anfühlt. Dein Atem. Und dann bitte ich dich, die Hände wieder ins Anjali Mudra vor das Herz zusammenzuführen. Dieses Herz den Händen noch mal ein wenig entgegenwachsen zu lassen. Und wir beenden mit einem Ohm diese Praxis. Namaste. Ich bedanke mich bei Hanna und wünsche euch viel Spaß mit dieser Praxis.